Da die Ereignisse auf Ackett langsam zu einem Ende kommen, richtet sich die volle Aufmerksamkeit aller auf Kapitel 1119 von One Piece. Der Handlungsbogen wird immer und immer spannender und die letzten Kapitel, bevor die Stroh- und Piratenbande endlich eine neue Reise in ein anderes Land antritt, werden sicherlich sehr aufregend und interessant, da der Feind noch nicht besiegt ist und versucht, sie an dieser großen Flucht zu hindern. Dabei wird das kommende Kapitel besonders spannend sein, da sowohl Ruffy als auch Bonnie gerade ihre vollen Kräfte entfesselt haben und bereit sind, gegen die fünf Ältesten zu kämpfen. Doch darüber hinaus gibt es noch viele weitere sehr interessante Handlungspunkte, die Odan Kapitel 1119 angehen wird, die verbleibenden Vegapunks, die fünf Ältesten und natürlich die restlichen Stroh- und Piraten auf der Laborphase und ganz zum Schluss wird noch einmal der antike eiserne Riese zurückkehren. Ich würde sagen, beginnen wir zunächst einmal mit der Thematik zum Thema Ruffy und Bonnie und deren neu entdeckten Fähigkeiten im Kampf gegen die Gorosei. Ruffy und Bonnie werden in der nächsten Ausgabe eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Wir werden sie definitiv auf dem Höhepunkt ihrer Kräfte im nächsten Kapitel sehen und es liegt an ihnen, einen Fluchtweg für die Stroh-Piraten und den Riesen-Piraten zu sichern. In der vorherigen Ausgabe konsumierte Ruffy alle essbaren Vorräte, die er auf dem Schiff der Riesen-Krieger-Piraten finden konnte. Und gleichzeitig brachte er Bonnie bei, wie man sich in Gear 5 verwandelt und diese Kräfte nutzt, um wirklich frei zu sein. Jetzt nutzen beide mächtigen Piraten die Macht von Gear 5 und werden so gut wie möglich gegen die Weltregierung in Form der Gorosei kämpfen. Das Kapitel 1119 wird dabei auch die Grenzen von Bonnys Gear 5 im Vergleich zu Ruffys erforschen. Was wir hierbei jedoch aber im Hinterkopf behalten müssen ist, dass Bonnie im kommenden Kapitel sicherlich im Rampenlicht stehen wird im Vergleich zu Ruffy. Es gibt absolut keinen Weg, dass Oder Bonnie die Macht von Gear 5 entdecken lässt, nur damit sie etwas Unbedeutsames tut. Das heißt, der volle Fokus wird auf Bonnie liegen. Bonnie wird zurückschlagen und erheblich dazu beitragen, eine Flucht für die Stroh-Piraten-Bande im Finale von Egghead zu sichern. Gleichzeitig sollten wir erwarten, dass sich die Ältesten erneut bewegen werden. Im Moment steht nur einer der Ältesten vor Ruffy und Bonnie und das ist das Mitglied Marcus Mars. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass Marcus Mars der Einzige ist, der wirklich in seiner Yo-Kai-Form fliegen kann und alle anderen werden einfach von der Küste aus angreifen müssen. Das sollte sich jedoch nicht daran hindern, die Flucht der Stroh-Piraten-Bande noch irgendwie zu verhindern bzw. schwieriger zu machen. Ebenfalls können wir hierzu erwarten, dass mindestens ein weiteres Mitglied der 5 Gorosei neben Marcus Mars in den Kampf eintreten wird und das würde diese Angelegenheit auf ein völlig neues Niveau heben. Wenn es sich herausstellt, dass es Saturn ist, könnte Bonnie eine persönliche Abrechnung mit ihm durchführen, indem sie ihn angreift und im Kampf möglicherweise sogar schwer beschädigt oder verletzt. Denn ich glaube von allen Begegnungen, die wir auf Egghead so erhofft haben oder die Stadt gefunden haben, wie beispielsweise Zorro gegen das Gorosei-Mitglied Nosyru, haben wir alle sehnsüchtig auf die Begegnung zwischen Bonnie und Saturn gewartet. Bonnie mit ihrem vollen Potential ihrer Fähigkeiten gegen das Gorosei-Mitglied Saturn, das maßgeblich für ihre Vergangenheit verantwortlich war. Aber egal welche Richtung Oda in den nächsten Kapiteln einschlagen wird, dieser Kampf wird mit Sicherheit sehr intensiv und auch gleichzeitig zeigen, was die wahre Macht der Freiheit wirklich bewirken kann. Aber neben dem großen Fokus von Ruffy und Bonnie wird sich die nächste Ausgabe definitiv auch auf die Strohhüte auf der Laborphase konzentrieren. Denn in dem vorheeren Kapitel war es klar zu sehen, dass bereits alle an Bord der Sunny waren, jetzt müssen sie das Schiff nur noch von der Insel bringen und ins Meer hinuntertauchen lassen. Dabei diskutierte Nami die Strategie mit Sanji, sobald das Schiff unten ist, muss Sanji das Schiff schützen und ebenso auch Frankie. Das heißt, diese beiden Personen werden für den Schutz der Thousand Sunny verantwortlich sein und es wird hierbei sehr interessant zu sehen sein, ob das im kommenden Kapitel auch so umgesetzt wird. Gleichzeitig werden wir hierbei auch sehen, wie Zoro und Jinbei weiterhin ein Gefecht gegen das Gorosei-Mitglied Nusshiro verwickelt sein werden. Da das Gorosei-Mitglied immer noch auf der Laborphase ist, könnte er versuchen, das Schiff erneut anzugreifen, während es zu entkommen versucht. Das bedeutet, Zoro und Jinbei müssen ein oder zwei Angriffe von ihnen abwehren, bevor sie auf das Schiff springen können, um zu fliehen. Wenn das passiert, könnten Sanji und Frankie übernehmen und dafür sorgen, dass das Schiff sicher in Wasser landet und dass sie durch das Kanonfeuer der Marine geschützt werden. In dieser Hinsicht wird Kapitel 1119 absolut sensationell sein, das einen Fluchtweg für die Stroh- und Piratenbande sichert und sie dem Ziel, Flucht von Elkett, einem großen Schritt näher kommen. In der Zwischenzeit werden wir auch das Schiff der Riesenkrieger-Piraten im kommenden Kapitel im Fokus haben, denn wir werden wahrscheinlich sehen, wie das Schiff Fortschritte macht, was strikt auf Ruffy und Bonnys Kampf gegen die Ältesten zurückzuführen ist. Denn sowohl Ruffy in G5 als auch jetzt Bonnie mit ihren neuen Fähigkeiten, mit ihren neu erwobenen Mächten, auch in Kombination, wird unglaublich schwer für die fünf Ältesten sein, diese Angriffe dieser beiden mächtigen Individuen zu stoppen. Da der Älteste ins Abseits gedrängt wird, werden die Marinesoldaten wahrscheinlich auch nicht mehr genug Feuerkraft und Stärke besitzen, um den Riesen tatsächlich erheblichen Schaden zuzufügen. Aber am Ende sollten wir noch die letzte Option nicht außer Acht lassen, denn das nächste Kapitel wird höchstwahrscheinlich auch den eisernen Riesen auf Elkett wieder auftauchen lassen. Im vorherigen Kapitel sank der eiserne Riese auf dem Meeresboden und dies war das Ergebnis von Vakures mächtigen Angriff. Jetzt hat der eiserne Riese die Trommeln der Befreiung erneut gespürt, dieses Mal werden die Trommeln weitaus stärker sein als je zuvor und das liegt daran, dass sowohl Ruffy als auch Bonnie sich in Nika verwandelt haben. Der antike Roboter sollte mehr als genug Kraft haben, um noch einmal zurückzukehren und wie im vorherigen Kapitel erwähnt, will er wohl Ruffy bzw. Bonnie begegnen, das wird wahrscheinlich auch gegen Ende des Kapitels passieren. Und das bedeutet einfach, wir sollten damit rechnen, dass der eiserne Riese wieder auftauchen wird und ihnen im Kampf gegen die Gorosei helfen wird. Dabei wäre es durchaus im Rahmen des Möglichen, dass der antike Roboter für die Flucht der Stroot-Piratenbande und deren Verbündeten verantwortlich sein wird. Und das bedeutet einfach, wir sollten damit rechnen, dass der eiserne Riese wieder auftauchen wird und ihnen im Kampf gegen die Gorosei helfen wird. Dabei wäre es durchaus im Rahmen des Möglichen, dass der antike Roboter für die Flucht der Stroot-Piratenbande und deren Verbündeten verantwortlich sein wird. Da die Ältesten gemeinsam zu stark und auch zu zahlreich sind, könnte sich der antike Roboter möglicherweise, ich sag mal, selbst aufopfern, um dabei der Stroot-Piratenbande die Flucht zu ermöglichen, sie zu retten, um ihre Passage nach Elbaf zu sichern. Doch all das, was ich gerade erwähnt habe, muss natürlich nicht unbedingt direkt im nächsten Kapitel passieren, aber zumindest können wir davon ausgehen, damit rechnen, dass der eiserne Riese noch einmal auftauchen wird, zurückkehren wird, um endlich Rothy und Bonnie zu treffen. Denn diese Blechkiste wird definitiv dafür sorgen, dass sie alle sicher fliehen können, denn sein großer Auftritt wird noch einmal kommen, er wird sich die 5 Ältesten entgegenstellen und dafür sorgen, dass alle wohlbehalten und sicher von Egghead fliehen können. Aber wie immer frage ich euch am Ende des Videos, was sind eure ersten Gedanken, Eindrücke, aber auch Anmerkungen für das kommende One Piece Kapitel, was wird eurer Meinung nach als nächstes passieren? Schreibt mir sehr gerne hierzu eure ganzen Vermutungen oder auch möglichen Theorien, als auch Spekulationen unter diesem Video in die Kommentare oder auch wie immer sehr gerne auf Instagram, den und viele weitere Links findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut mal eure Ohren und hört, was Captain Smoke euch zu sagen hat. Lang lebe der zukünftige König der Piraten, Monkey D. Rothy!